Hey Leute, willkommen mal wieder zurück zu einem neuen Part von Let's Play LittleBigPlanet 2 Together. Ja, wir sind jetzt einfach wieder dahin gelaufen, wo wir es letztes Mal stehen geblieben sind. Ja, ich werde Juli selbst immer ein bisschen werfen. Also, ich weiß es geht mal. Ja, ich weiß es geht mal. Nein. Fängt ja schon mal super an jetzt. Hä? Achso, ich bin hier. Ach, wir sind auf der falschen Fläche, Mann. Das Ding hängt hier. Ja, siehste? Siehste? Warte, 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 warte. Ja, ist ja gut. Ja, aber außerdem mal ein bisschen lauter, sonst sind die dich nicht. Ja, genau. Sollte ich wahrscheinlich tun, weil sonst nicht. Jetzt ist schon wieder zu lesen. Okay, sieh mal. Was mach ich? Wieso bin ich tot? Weil du da reingelogen bist, weil es das Ding macht. Na komm. Achso, da ist ein Sticker. Ja, da ist ein Sticker. So, das hilft das Ding. Da müssen wir auch mal ledigstunden werfen, wo das Ding ist. Jo-Rhi! Ja, das kann ich ja nicht wissen. Ich muss es jetzt auch nicht machen. Ich muss es jetzt auch nicht machen. Ich muss es jetzt auch nicht. Ich muss es jetzt auch nicht machen, aber es ist schon logisch, wenn das ein Zeug da dran ist, dann was da was hier so das Wort vor allem nicht am lieb auch nicht nicht ganz sicherlich auch nicht bei uns mein Vater ich gehe ein auch noch ein muss ein Besuch ich bin mit dem ich bin du bist auch ein das ist ein Endes Ding oder was? Fängt ja super an! Nein, jetzt kein Unendes Ding! Warte! Warte, halt! Ja! Ich bin gleich da! Ich hab's nicht echt geschafft ohne was zu sehen! Ich hab's nicht geschafft ohne was zu sehen! Ich hab's nicht geschafft ohne was zu sehen! Ich hab's nicht geschafft ohne was zu sehen! Das ist geil! Ach, scheiße! Ach, scheiße! Warte, 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 warte! Ja! Wenn wir heute ein bisschen lustiger sind, dann liegt das vielleicht starten, dass wir ein bisschen Alkohol hinten zusammen! Warum ist das? Nur ein bisschen! Wir sind beide schon 18! Ja, und wie! Ja, und wie! Ja, vorhin auf meiner Kantei seid ihr steht das schon 15! Das ist auch egal! Ich hab's geißen! Ich hab's immer gebeten! Ja! Das ist doch egal! 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 Keine Ahnung! Irgend Klipperzeug was man nicht berühren darf! Na! Ich hab's nicht mehr zu sagen! Ich hab's nicht mehr zu sagen! Ich hab's nicht mehr zu sagen! Wir haben ja nur die Grenzen zu nehmen! Ja, haben wir nur! Aber zwei Dinge! Na komm! Auf das hatte ich nicht mehr zu sagen! Wüsst Du es nicht immer so sein? Wer hat mich da heute auch noch irgendwann mal irgendwo gesessen? Ja, ich weiss! Nein! Verhofft die Mitte Geschwissen! Och, Mann! Ja, Juli, so bleibt man nicht! Es kackt schon mal ein Fenuschen! Aber kein Zeichen! Ich weiß! Nein! Nein! Jetzt hättest du... Jetzt hättest du... Jetzt hättest du mich runterwerfen können, oder? Achso! Ich glaub, da legst du heute anders auf an. Ich weiß nicht, irgendwas... Irgendwas wieder miteinander. Komm Julius, mach! Schleifst du denn übelst? Ja, du mich rot verwirbst? Das ist wahr, dass ich schleife, ja? Nein, den Schornsteingarten! Keine Ahnung, was das ist. Ich auch nicht. Nein, nein! Hä? Egal. Ich bin hoch. Ich weiß. Das ist aber schmerzhaft groß. Fick dich! Und du hast auch nur Big verpasst, Mann! Was ist das? Ja, das darf man nicht in das Zeug reinnehmen. Deswegen sind wir eben nur schnell. Das ist ganz schwer. Ein Schlüssel! Aber ich hab den Schlüssel gekriegt! Hä? Spacke! Ich hab dich schwingen lassen. Ja, ich hab's... Nein. Julius! Verlass mich! Bist du ein Typ? Wir haben, du bist doch nicht zu jedem, Martin. Oh, was? Ich hab gesagt, du stirbst jetzt. Ich stirb doch auch. Jawoll! Martin, du bist chill. Kann ich nicht mehr da verlieren. Ey, komm, du hast mich grad... Du hast mich grad da reingezogen. Lass mich los. Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann. Ich hatte schon nicht mal in der Hand. Trottel. Ja, ich hab's jetzt wieso, ne? Tja. Was nach? Kirsche! Ich hab Kirsche und Butter. Oder was immer das hieß? Was ist das? Ostlox. Ich bin der Kind der lustigen, äh, Kuchen. Ich kann Butter vor mir herschicken. Ich bin der King der Kuchen und er kann Butter vor sich herschicken. Was? Ich verwoll immer. Was? Machst du fein? Oh, eine Bioarbeit für mich. Auwe. Ach, Julian. Nein, egal. Fällt mir schon. Mensch, komm, sag, was auch fällst hier? Magrath. Ja, das machen wir jetzt mal, das Lustig, glaub ich. Also willst du gerade gegen mich verlieren? Ja. Was ist das, Martin? Das ist eine Bioarbeit. Ja, das ist mein... Ach, so, das da musste... ...getraten. Einwäsche, welche, welche, was holen wir nehmen für den Kurs? Ja, den. Ja, gut. Ja, stimmt das gut. Ja, passt hier doch nicht, da muss jetzt nichts drücken. Kommt jetzt aus. Das hat sich nicht kleinig neuse gekackt. Ach, das ist ein Mensch. Das ist ja mal krass. Ja, das ist ja mal krass. 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 Nee, lass doch mal neuschauen. Nein, Mann. Ohne. Held, warum? Ach, was ist denn? Das ist schon nicht die Person, ne? Ja, ich bin schon.. Ja, noch mal neu. Bald erst nicht hingekriegt hat. Ja, na, ich habe ja keiner Ahnung. Ich ja auch nicht, man. Nicht so zum ersten Mal. Lass uns wieder Mäuse kacken. Du musst dich umsassen drücken, wie beim normalen Laufen. Was? Für die Pferde, die im Kober. Du bist scheiße. Genau, nein, ich bin voll voll dran. Ach du bist scheiße, ich verliere schon wieder gegen dich. Du hast hier den Punkt anziehen. Warte. Komm her. Warte, ich werde auch wieder gelassen. Ich werde ja ausgezählt, weil ich schlafe letztlich. Bist du ungefähr so? Ja. Kannst du auch mal ein bisschen chillen. Dann gehen wir das eigentlich. Nein, ich bin gerade hinter ihm. Ich habe keine Ahnung. Schon das auch noch nie gespielt. Ja. Ich hasse dich. Ja, Leute. Damit machen wir auch jetzt mal, äh, schluss. Wir sehen uns das nächste Mal und bis dahin. Bis bald. Macht keinen Unsinn. Eheh.